Gelesen aus 365 mal R von Wilhelm Busch, 15. August Es ist besser, einem Bären begegnen, dem die Jungen geraubt sind, denn einem Nahen in seiner Nahheit. Sprüche 17, Vers 12 Halbe Nahen sind wir alle, ganze Nahen sperrt man ein, aber die drei Viertels Nahen machen uns die größte Pein. Unser Textwort erinnert unwillkürlich an diesen humorvollen Stoßseufzer, aber bei näherem Zusehen zeigt sich, dass es hier um Tieferes geht. Einem Bären begegnen, dem die Jungen geraubt sind, das ist lebensgefährlich. Und nun soll es noch gefährlicher sein, einem Nahen zu begegnen? Ja, der Bär kann uns das Leben kosten, aber ein Nah kann uns das Leben aus Gott nehmen. Leben aus Gott? Was ist das? Von Natur haben wir es nicht, aber wenn Gottes Geist in uns arbeitet, dann erwachen Buße und Glaube an Jesus, den gekreuzigten Erlöser. Dann lernt man beten und Gottes Wort lieben. Das ist Leben aus Gott. Aber was sollen wir viele Worte darüber verlieren? Ein Toter begreift nie, was das Leben ist. Und wer Leben aus Gott hat, der kennt es. Nun sagt uns der König Salomo, dies Leben aus Gott ist bedroht, durch die Nahen. Wer sind denn die Nahen in Gottes Augen? David sagt, die Nahen sprechen in ihrem Herzen. Es ist kein Gott. Jesaja nennt diejenigen Nahen, die sich einen Gott nach ihrem eigenen Bild und nach ihren eigenen Gedanken machen. Paulus sagt im Römerbrief von den Verächtern Gottes, Da sie sich für weise hielten, sind sie zu Nahen geworden. Und Gott selbst sagt einem reichen Mann, der nur auf das Irdische bedacht war, Du Nah, diese Nacht wird man deine Seele von dir fordern. Diese Nahen können menschlich sehr klug und weise sein. Darum sind sie gefährlich für das Leben aus Gott. Herr, bewahre selbst das Werk, das du in uns angefangen hast. Amen. Ich kann dir deinen Weg zum ewigen Leben gerne zeigen, aber klingeln musst du schon selbst. Jesus wartet auf dich. Sprich mit ihm im Gebet und lade Jesus in dein Leben ein. Du wirst sehen, er wird dir antworten. Jesus Christus, segne dich. Dankeschön.